Das wird heute eine sehr, sehr kalte Wetterlage werden. Ziehen Sie sich warm und wetterfest an. Auf der einen Seite haben wir kältere Temperaturen als bisher, auf der anderen Seite niedrige Taupunkte, recht trockene Luft, das macht schon mal kälter und dann haben wir noch diesen eisigen Wind dazu. Am besten so eine Kapuze überziehen, damit man sich schützen kann. Dazu bekommen wir heute immer wieder Schneeschauer und zwar von Sachsen bis Bayern und im Süden Baden-Württemberg wird es die immer wieder geben, vor allen Dingen am Vormittag. Die stauen sich dann an den Bergen und später entstehen dann, Achtung in der Wiederholung, am Nachmittag noch mal welche am Erzgebirge, genauso am Alpenrand. Ansonsten ist es längere Zeit trocken, aber sehr windig. Der Wind ist unangenehm vor allen Dingen in der Osthälfte und er wird beißen, vor allen Dingen was die gefühlten Temperaturen angeht. Dazu kommen wir aber gleich. Dann haben wir noch so ein kleines Sonnenscheinnest. Das reicht von Skandinavien bis in den Norden Schleswig-Holsteins und zieht dann später im Laufe des Tages weiter nach Hessen. Wir haben aber am Vormittag in der gesamten Südosthälfte noch ein paar Schneeschauer mit Glättegefahr. Diese Sonnenscheinbeule geht dann immer weiter runter und erreicht sogar Hessen. Im Wind nach Nordwesten zu sind ein paar lockere Wolken unterwegs, nach Südosten zu, wir haben es eben am Niederschlagsvorhersagefilm gesehen, sind noch ein paar Schneeschauer dabei. Am Südrand des Bayerischen Waldes, zum Beispiel an der unteren Donau, scheint ebenfalls längere Zeit die Sonne. Die Temperaturen sind beißend kalt, minus drei Grad in den Alpentälern, plus drei Grad beispielsweise rund um Hannover, sechs Grad an der Nordsee. Dazu ist ja dieser beißende Wind unterwegs. Aus nordwestlichen bis nördlichen Richtungen der Stärke drei bis fünf im Westen im Mittel, sonst sogar sechs und oder sieben. Und das lässt uns die Temperaturen wesentlich kälter vorkommen, wie etwa minus sieben bis minus ein Grad auf der Haut. Ein bisschen erträglicher ist es im äußersten Nordwesten, also gut und warm anziehen. Am Abend gibt es dann noch ein paar Schneeschauer im Südosten mit entsprechender Glättegefahr, sonst ist es klar und Sie können es sich denken, ziemlich kalt.